Am Mittag war mir langweilig und ich beschloss, rüber zum Haus meines besten Kumpels zu gehen. Dort meinten seine Eltern, Vicky und Tom, dass er dieses Wochenende bei seinen Großeltern ist und er nur vergessen hatte, mir Bescheid zu geben. Vicky und Tom wollten wohl etwas am Haus machen und bräuchten dafür etwas Zeit. Tom stand gerade in der Einfahrt und versuchte den Hochdruckreiniger zum Laufen zu bringen. Nein. Verdammt, ich verstehe nicht, warum er nicht funktionieren will, fluchte er. Und als Tom das sagte, öffnete er den Deckel und plötzlich spritze das Wasser mit dem Ungezieferreiniger aus dem Reiniger. Tom, Vicky und ich wurden komplett nass. Scheiße, Tom. Jetzt haben wir Ungezieferreiniger an unserem ganzen Körper. Meckerte Vicky. Kein Problem, dann lass uns doch einfach alle schnell unter die Dusche springen und uns waschen. Wir kennen uns doch schon alle lange genug, damit es uns nicht unangenehm ist, erklärte er anschließend. Ich dachte mir nichts dabei und wir gingen alle gemeinsam ins Haus, direkt ins große Badezimmer und zogen schnell unsere Kleidung aus. Vicky und Tom hatten dieses riesige Badezimmer mit zwei Regenduschen und einer Massagedusche. Hier wollte ich schon immer mal duschen. Ich machte mir mehr Sorgen darüber, ob der Ungezieferreiniger meine Haut wegätzen würde, als dass ich mich unwohl fühlte, nackt vor den Eltern meines besten Kumpels zu stehen. Tom ging als erstes unter die Dusche und ich folgte ihm. Dann drehte ich mich um und sah plötzlich Vicky nackt vor mir stehen. Ich tat so, als ob es mich nicht interessieren würde. Aber um die Wahrheit zu sagen, war sie die erste Frau, die ich nackt in der Realität betrachtet habe. Und Vicky sah wirklich nicht schlecht aus. Sie hat ein B-Körbchen, ist circa. 1,70 Meter groß, wiegt um die 55 Kilogramm, hat schwarze lange Haare und braune Augen. Ihre Pusse war kaum rasiert, denn sie hatte einen schwarzen Busch, der gestutzt aussah. Wir drei standen also nebeneinander und schäumten unsere Körper ab. Dann fragte Vicky, ob sie meinen Rücken waschen sollte und ich nickte nur. Sie wusch also meinen Rücken und anschließend den von Tom. Danach kümmerten wir uns beide um Vickys Rücken, damit alle von uns wirklich sauber waren. Wow! Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals mit zwei Männern unter der Dusche stehen würde. Ich bin so eine Schlampe, sagte Vicky lachend. Vicky hatte mich als Mann bezeichnet, obwohl ich erst 19 Jahre alt war und mir gefiel es. Die ganze Geschichte steht in den Kommentaren.